Neurodermitis ist meistens eine Blickdiagnose. Das heißt, der Hautarzt erkennt an bestimmten Zeichen, wie die Augenumgebung aussieht, wie der Haaransatz ist, wo die Flechte sitzt, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Neurodermitis handeln müsste. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es gibt zwar einzelne Patienten, auch Kinder, die haben durchaus Nahrungsmittelallergien. Das muss man diagnostizieren. Das ist wichtig, weil diese Patienten müssen dann tatsächlich was weglassen. Aber in vielen Fällen wird der Allergiegedanke viel zu häufig überinterpretiert und viele Medikamente bzw. Nahrungsmittel gemieden, die gar nicht gemieden werden müssten. Die moderne Therapie der Neurodermitis sieht so aus, dass neben lokal anzuwendenden Cremes auch die Möglichkeit besteht, eine Subkutane, das heißt eine Spritze, die unter der Haut appliziert wird, zu verabreichen im Sinne einer Antikörpertherapie. Das ist sehr wirksam, hauptsächlich auch gegen den Juckreiz, der die Patienten sehr beschäftigt. Juckreiz. 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 Juckreiz.